hallo liebe wohnmobilfreunde hier ist der guido von gns tv ja ich wollte noch mal heute auf unsere partner eingehen gns tv performance gmbh partner ja ich bin ja der feindschätzgeber für diese systeme und wir haben jetzt einen vierten partner in leck oben an der dänischen grenze gehen ist schleswig holstein da wollte ich noch mal darauf eingehen und natürlich auf die anderen partner auch also wer demnächst vor hat solaranlage einzubauen oder lithium batterien da haben wir jetzt ein hauseigenes system das werden wir auch zur messe ausstellen um caravan salon also wer da schon mal termine machen möchte oder mal vormerken möchte der kann das gerne tun das blende ich aber alles noch ein dort haben wir auch auf unserer homepage stehen die ich natürlich einblende ja wer da einbauten vor hat wer sein wohnmobil autark aufrüsten möchte wer mit dem strom nicht zurecht kommt das ist hier und da ein großes problem das sehe ich immer wieder ich bin ja auch viel unterwegs jetzt und aktuell bin ich ein grimmer wo ich ihm bis ende mai bleibe da haben wir noch jede menge zu tun wer hat das wohnmobil wo ich jetzt gerade drin sitze autark gemacht mit unserer black kontakt zelle bis 8 zellen am dach liegen vorher hatte ich auf meinem charisma 10 jetzt habe ich 8 weil ich das runtergerechnet 10 für meinen strombedarf aber nicht nötig waren deswegen habe ich jetzt 8 ich habe das neue flex modul genommen das neue flex modul black kontakt zelle von sunpower da wird ja auch ewig runtergeredet das ding und zwar habe ich hier alles in einer parallel schaltung liegen weil wir es können ja und wir brauchen noch nicht in reihe schalten weil das hat riesig große nachteile dieses in reihe schalten wird ja immer anders dargestellt da machen wir natürlich noch einen separaten film darüber das ist ja klar ich bin wir sind jetzt bei 11 uhr 21 und ich bin bei pass auf ich will ja ich will keinen blödsinn erzählen ich blende das mal ein gleich ich blende das mal ein weil ich wollte da ich ja was über den neuen partner zählen aber ich kann jetzt sagen wir jetzt mal 30 ampere ja 30 amper ich mache mal ein screenshot wäre mit 11 uhr 21 zack nur hier damit hat er das seht habe ich jetzt gerade ein screenshot gemacht und wir sind bei 80 prozent batteriekapazität und ich behaupte mal die sind um 14 uhr auch wieder voll wir haben relativ offenes wetter und da sollte das überhaupt kein problem sein aber das dazu unser neuer partner in schleswig-holstein habe ich mich ein bisschen schwer mitgeteilt aber das war ganz schnell vorbei die leute sind alle offen die sind alle ja das hat mich sehr beeindruckt wie vorinformiert die waren da informiere ich mich natürlich dann auch und lange rede kurzer sinn die fachliche qualität in diesem haus ist erstklassig in diesem haus laufen 40 beschäftigte rum und da sind jede menge in der werkstatt beschäftigt dass jede menge qualifizierte gelernte kräfte gerade in der branche und die machen auch schon 15 jahre wohnmobile ja die machen das schon 15 jahre und haben jetzt im prinzip nur das gns system das gns tv partnersystem übernommen um halt auch bekannter zu werden also wir haben in dieser in dieser neuen firma gehen es schleswig-holstein in leck ich blende das mal ein wo das ist haben wir jede menge fachlich kompetente leute das war mir wichtig das ist mir immer wichtig insofern den laden eröffnen wir am 18 7 also am 18 juli da bin ich natürlich selber wieder da danach fahre ich ein bisschen nach dänemark weil ich ja direkt da unten wir werden auf dem skandinavischen markt werbung machen ja da ist das ja alles in absprache natürlich und den stelle ich euch jetzt noch mal vor mit ein paar bildern da kann man ab sofort kann man da für angebote haben beratungen haben und das dann auch in leck ab dem 18 7 durchführen lassen da ist gar kein problem ab sofort könnt ihr da angebote haben oder ihr könnt das einplan ab dem 18 7 kann man dann da zu uns zur montage kommen ja dänische grenze nordseeküste sylt liegt in steinwurf nähe auf der anderen seite geht es dann richtung lübeck kiel ostsee richtung feema und pol und nepoel heißt die insel und dann runter bis straße also dann ist schon geil dieses gebiet da habe ich mich lange mit beschäftigt und dort wurden jede menge wohnmobilisten oder die die es noch werden wollen also wie gesagt messe behalten das schon mal hinterkopf messe ist wichtig da bin ich die kompletten tage letztes jahr war ich ja nur zur hälfte da weil das war urlaubsbedingt diesmal haben alles anders eingeplant da bin ich die komplette zeit da und zwar auf dem forster batterie stand also mit herrn forster zusammen und da freue ich mich auch schon drauf das war letztes jahr schon eine geile zeit und das wird dieses jahr auch natürlich könnt ihr da meine gn stv mega lithium batterie sehen ja wir haben ja die 300 amperestunden exklusiven programm die wird dort ausgestellt und das ist ja eine besonderheit und die haben wir dann da auch lieferbar also ganz wichtig für alle häuser ob du jetzt nach leck fahrt nach jenes schleswig holstein oder ihr fahrt zu einem anderen partner das spielt keine rolle aber ich wollte ich jetzt noch mal den den neuen partner den wir im juli öffnen noch mal zeigen und noch mal ans herz legen die leute sind echt cool und freuen sich dass es dann im juli endlich losgeht ja wen haben wir dann noch wir gehen mal von norden bis süden runter apropos süden der kommt natürlich auch noch leute wie gesagt der süden der kommt noch das ist klar so die ist wie gehen wir nach genes bockhorn bockhorn liegt bei willemshaven richtung nordsee emsland das ist friesland und da ist der holger warntgen der hat ja einen bosch service dienst ja da sind wir jetzt circa ein jahr sind wir ja da zugange und mega leute ich kann mich immer nur freuen darüber die haben dermaßen der sucht händeringend nach leuten weil einfach viel mehr arbeit da ist als als leute ja wenn wenn da mal jemand ist der bock hat seinen beruf zu wechseln oder der kfz-mechaniker ist oder kfz-elektriker oder irgendeinen anderen gelernten quereinsteiger beruf hat ja alles her damit ob das für leck ist für bockhorn ist für für bettbusch oder für grimmert spielt überhaupt keine rolle meldet euch einfach film jetzt spontan ein alles über das kontaktformular zu erreichen so dann gehen wir weiter runter richtung süden da sind wir bei genes bettburg bettburg liegt in nordrhein-westfalen zwischen mönchengladbach und köln würde ich sagen so die ecke bettburg direkt an der 61 autohaus fiat heinen auch das ist ein mega partner rené heinen ist der der inhaber dieser firma und der so mega engagiert und das macht immer wieder große freude mit diesem mann zusammenzuarbeiten der hat auch eine richtig geile werkstatt truppe dann dürfte ich vier wochen mit zusammenarbeiten und ja man sagt mir auch schon mal nach das kann ja nach vier wochen gar nicht passen sicherlich wenn du irgendeinen bäcker vor die hast nicht das ist richtig eine gelernte werkstatt kraft die auch ohnehin schon wohnmobile machen das ist eine andere geschichte aber wie gesagt da können die leute so viel darüber zu erzählen wie sie wollen das sind sowieso nicht unsere ansprechpartner insofern hat das richtig bock gemacht und ich war nach einer woche schon wurde ich immer schon ruhiger immer schon ruhig braucht es nichts mehr zu sagen hier und da bist du noch mal hast du noch mal deinen sanft dazu getan aber hat mich sehr überzeugt ja wie gesagt ich blende noch mal ein wo das ist zeigt noch ein paar bilder über das kontaktformular zu erreichen überhaupt kein problem wer da fragen hat kann mir auch eine mail schreiben ich blende die noch mal extra ein auch das ist kein problem auch dafür die messe angeht und welcher standort und egal alles kein problem her damit kriegt natürlich zeitnah eine antwort so jetzt gehen wir noch rüber in den osten richtung grimmer zu gehen erst grimmer zum andere der andere ist der längste im bunde der der habe ich als erstes eröffnet letztes jahr im märz erster märz ja und der ist natürlich hier im osten eingeschlagen wie der rakete das ist ihr da zeige ich euch natürlich ein paar bilder und standort und so weiter auch der ist natürlich über die homepage und über das kontaktformular zu erreichen das ist bei uns eine einheit da wird auch nicht jeder da macht auch nicht jeder irgend ein ding sondern es gibt einheitliche preise ob der die jetzt in bedbuschen angeboten machen der sind bockhorn in leck oder in grimmat spurt keine rolle preise sind gleich das ist so als wenn er dir in hamburg einen cheeseburger kauf für 2 20 keine ahnung und fährst nach münchen und bestellst den kostet auch 2 20 wir sind auch offen und transparent insofern ist das alles kein problem aber es geht ja auch um die fahrt dorthin was ist mir lieber mich nach grimmer mich nach leck fahr ich nach bedbusch fahrst nach bockhorn insofern ist alles geregelt und da wird im süden wird es dann demnächst auch was geben oder mehrere sogar habe ich ja eben schon angekündigt und dann habe ich ja noch ein ass im ärmel wo ich mich ganz besonders darüber freuen würde wenn das klappt die verhandlungen stehen schon die sind auch sehr positiv also die 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 zusage habe ich im prinzip schon aber ja wie gesagt ich stelle hat alles früh genug vor und da aus meiner sicht der absolute wahnsinn das wort habe ich von sowas habe ich immer geträumt ja grimmer der andere da gibt es noch mehr zu zu sagen der bekommt jetzt eine neue werkstatt habt ihr ja in eins meiner letzten filme gesehen der bekommt auf dem gleichen firmengelände eine größere werkstatt eine werkstatt für den nur alleine und vor allen dingen mit einem riesengroßen parkplatz nur für den alleine so der ganze mit einem riesengroßen liner vorfahren mit einem dann im ax hänger hinten dran mit wird ich noch ein riesen boot dahinter und kann sich auf dem platz drehen und wieder raus war wenn irgendeine frage also dich beraten lassen willst also das ist mega da freue ich mich sehr dass der andere das hinbekommen hat ja ich will gesagt ich wollte euch meine partner noch mal vorstellen da wird es demnächst noch jede menge neuigkeiten geben ich bin ja auch noch selber in grimmer wir haben ja hier unser monster wo ich gerade drin sitze haben wir ja autark gemacht ich stehe jetzt auch schon seit einer woche autark bin nicht an einer steckdose gewesen hat funktioniert auch mit einer black kontakt zelle und mit einer parallel schaltung funktioniert super ja ich erkläre im nächsten video warum dazu ist ja und warum immer wieder falsch erklärt wird er hat wird immer wieder falsch erklärt wenn man offensichtlich ja ich weiß nicht ob man das keine ahnung von hat oder ich werde das ist jedenfalls vollkommen falsch wird man da hier und daher und deswegen habe ich mich bei einem bei einem sunpower mitarbeiter noch mal rückversichert ja weil ich sag mal so irgendetwas wenn ich wenn ich jetzt durch irgendeine werkstatt laufe und behaupte irgendetwas dann muss man mir das entweder glauben ja oder man lässt es da würde ich glaube das habe ich immer schon so gemacht hat ich mich da immer rückversichert und wenn ich schon die möglichkeit habe mit einem entwicklungsingenieur von sunpower zu sprechen der auch noch in europa wohnt und auch noch deutsch spricht dann werde ich das tun so und da hören wir mal was er dazu zu sagen hat das ist und war mir immer wichtig also in dem sinne würde ich sagen wer solaranlage braucht wer lithium batterien braucht wer ein vernünftiges lithium batterie braucht mit mit qualitativ hochwertigen zellen ja informiert euch da gut bevor ihr da irgendeinen mist kauft und lasst euch ein angebot machen ich blende noch mal die homepage ein mit dem kontaktformular fahrt zu irgendeiner meiner jetzigen vier partner wie gesagt da kommen noch ein paar mehr dazu und ja leck wird am 18 7 eröffnet gns tv partner schleswig holstein da freue ich mich auch mega drauf das auch im sommer im prinzip da haben wir auch das entsprechende wetter werden mit unserem neuen wohngebild fahren mit hänger und dann anschließend auch mal dänemark besuchen da brauche ich auch den ein oder den anderen tipp weil ich war noch nie in dänemark natürlich jetzt doof ich war wirklich noch nie in dänemark so ja das war's in dem sinne würde ich sagen mattet jodt lasst euch gut gehen es was gutes trinkt was gutes bis zum nächsten video euer guido von gns tv fall